Vergrößern, verkleinern Marcelo Sarraki steht bei River Plate in Argentinien unter Vertrag, Urheberrecht der T-Images RB Leipzig steht kurz vor dem nächsten Transfer. Ein Linksverteidiger aus Südamerika soll kommen. Offenbar sind nur noch Details zu klären. Das uruguayische Talent Marcelo Sarraki steht offenbar vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Das bestätigte zumindest Jorge Pablo Brito, Vizepräsident von Sarraki's jetzigem Club River Plate. Demnach hätten sich die Argentinier und die Leipziger grundsätzlich geeinigt, lediglich Details seien noch zu klären, zitiert ihn La Republika. Für den 20-jährigen Sarraki, der für die uruguayische U2-0-Nationalmannschaft spielt, soll River Plate eine Ablösesumme von 12,5 Millionen Euro gefordert haben. Der Linksverteidiger wäre der zweite Neuzugang der Bullen, die bereits vor einigen Tagen den Franzosen Nordimo Kiele für 16 Millionen Euro von HSC Montpellier verpflichtet hatten. Im Gegenzug, könnte ein anderer Außenverteidiger den Verein verlassen. Laut Kicker soll der VfL Wolfsburg Interesse an Bernardo angemeldet haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017